Sehnen Sie sich nach südländischer Leichtigkeit und mediterranem Flair? Mit Gerichten, die vom spanischen Lebensgefühl inspiriert sind, bringen wir ein kleines bisschen Süden direkt zu Ihnen nach Graz. Egal ob Sie den Abend mit einem leckeren Drink mit stimmungsvoller Musik an unserer Bar ausklingen lassen oder so richtig gut mediterran essen möchten, das Torona begrüßt Sie mit offenen Armen. Mit hausgemachten frischen Spießen, leckeren Fleischgerichten und vielen Fischspezialitäten aus dem Mittelmeer kommen Sie bei uns auf jeden Fall auf Ihre Kosten. Unsere Köche setzen auf die bewährte Kombination aus hochwertigen Zutaten und fein abgestimmten Rezepten. Und das schmeckt man auch. Besuchen Sie das Torona in der Grazer Altstadt und tauchen Sie in unsere Welt voller Köstlichkeiten und sonniger Atmosphäre ein. Untertitelung des ZDF, 2020